So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe und wie ihr seht, die Aufgabe, die im Titel steht, steht hier leider nicht mehr als machbare Aufgabe. Denn, ich habe es aus Versehen, bei den Kills gemacht, wo man in Pleasant Park oder bei den Docks die Kills machen muss, da habe ich leider den Scharfschützen-Kill schon gemacht, aber natürlich mit 265er Headshot. So, aber ich zeige euch jetzt direkt mal, wie es eigentlich am einfachsten geht, also da werdet ihr den Schaden, denke ich mal, innerhalb von einer Runde hinkriegen. Ihr geht einfach in Gruppen-Killer rein, sucht euch einen Sniper und dann einfach snipen. So, kurz in eigener Sache, viele wollen natürlich wissen, wann ist das Gewinnspiel, wegen dem Skin. Und, wahrscheinlich wird es der School Trooper werden, weil er gerade im Shop ist und natürlich sehr beliebt ist. Das Ganze findet statt, hört zu, Freitag, 18 bis 19 Uhr. Der Stream wird zwar schon vorher starten, aber in dem Zeitrahmen werde ich halt den Skin verlosen. Also, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, dann verpasst du auch nicht, wenn ich online komme, oder verpasst auch keine Aufgabe mehr. Dann, definitiv, mir bitte eine Freundesanfrage schicken. Ihr seht ja, 31 offene Freundesanfragen habe ich. Das ist, weil die anderen es schon getan haben. Joa, und in dem Sinne wünsche ich schon mal viel Glück und dann hoffentlich bis morgen im Stream. So, wir gehen jetzt mal direkt, wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen zur Farm runter. Lacks sind natürlich auch wieder da. Weil so viel dürften eigentlich nicht mehr zur Farm gehen. Ja, da habe ich mich wohl geirrt. Wir suchen natürlich jetzt einfach ganz simpel eine Sniper. Wie gesagt, die Aufgabe habe ich leider eben aus Versehen gemacht. Es war einfach zu verlockend. Ich habe nicht an die Sniperaufgabe gedacht. Bing, Aufgabe erledigt. Aber ich zeige es euch natürlich trotzdem. Wir zählen einfach mit, wie viel Schaden wir da mit der Sniper gemacht haben. Einen Headshot und dann schon war die Sache gegessen. So, war hier noch irgendwas? Mit der grünen macht mir leider nur 100 Schaden. Also, wenn ihr natürlich eine bessere findet, die bessere Variante holen. So, haben wir hier mal irgendwas? Oder ist hier einfach nur leere Scheune? Das ist ja mal an der Stelle komplett. Wir suchen einfach nur einen Sniper. Hier schon mal eine. Hier ist alles, aber schöne Deko, aber Loot-technisch gar nichts. Kiste ist oben. Schön, dass ich die nochmal habe. Hä? Ach, die Kiste ist unter mir. Ja, das war es ja wieder komplett. Ach, da ist die Kiste. Das ist wieder eine Kiste, wo ich mir denke. Wer hat die da hingegangen? So, eine grüne Sniperhammer auf jeden Fall schon mal. Wie gesagt, ich habe es aus Versehen halt eben im Solo-Modus gemacht, als ich die drei Kills gemacht habe. Aber ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Geht halt, wie gesagt, einfach in Gruppenkeile rein. Sucht euch dann einen Sniper und schon habt ihr es eigentlich schon fast. Quasi dreimal einen damit anhitten. Habt ihr easy alles gemacht. Haltet euch halt mal ein bisschen von den Hotspots fern. Ihr könnt das Ganze natürlich in jedem Modus machen. Ob es natürlich jetzt auch im Gunfight-Gedönster funktioniert, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich die Aufgabe ja leider schon fertig habe. Aber da könnte es sogar am schnellsten gehen, würde ich fast behaupten. Ja, nochmal eine grüne. Ja, man findet halt leider echt die grüne ziemlich häufig. Hä? Was ist denn die Scheißkiste? Hat noch meins gehört oder was? Ich will mir einfach keine andere geben. Ich würde auch eine blaue nehmen. Hier haben wir nichts. Hier ist nochmal ein Boden. Gott, man merkt, dass ich hier nie lande, ey. Noch eine grüne. Wie viele grüne Sniper soll ich denn noch finden? Wie gesagt, ich könnte euch jetzt einfach sagen, ja, holt euch die Sniper, macht ihr mit 100 Schaden. Aber ich will euch natürlich auch zeigen, dass es funktioniert. Von daher, wenn ihr schon jetzt wisst, wie es funktioniert, ihr müsst mich weiter zuschauen, würde mich natürlich auch unterstützen. Wie gesagt, jede Minute unterstützt einen kleinen YouTuber. Auch die Großen. Immer die Videos bis zum Ende gucken, wenn ihr denjenigen feiert. Nicht immer nur kurz reingucken. So. Auf jeden Fall sind wir schon mal in der Zone. Das ist schon mal gut. 11 zu 9 steht es schon. Das heißt, eigentlich haben sie schon die ersten, sag ich mal, gefunden. Natürlich im Solo-Modus ist es natürlich gut, wenn ihr die Bots habt. Also den Schaden kann man natürlich dann am besten mitnehmen. Ich sag ja, es ist halt echt eine Frage, ob man welchen Modus mal hier nimmt. Und das war natürlich nicht der Plan. So war nicht der Plan. Ich hab's mal überlegen, kann ich den Sniper, anstatt ich's einfach mal probiere. Aber ihr wisst ja, meine Gameplays sind nicht immer die besten. Vielleicht unterhaltsam, aber nicht die besten. Komm. Komm. Oh, der denkt wohl noch aus wie auf dem Baum. Was ist das denn für ein Schwitzer, ey? Aber ich hab ja gesagt, eigentlich haltet euch weiter wie fern. Aber in der Endphase werdet ihr eure Kills definitiv mahnen, beziehungsweise euren Schaden. Na, jetzt lande ich hier wieder. Ich will aber jetzt nicht mehr hin. Nerv nämlich Ultra. So. Ah, da hinten. Boah, der hat aber auch einen Nachhinein an mir gefressen. Da, das wär der perfekte Schuss gewesen. Ja, 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 ich hab jetzt keinen Bock auf so Geschwitze, ey. Ah, nee, die spielen doch alle um ihr Leben, ey. Einfach nur einen schönen Spot finden. Und Bäume bieten sich natürlich immer an. So, da hättet ihr schon 100. Das meine ich halt einfach außerhalb bleiben. Oh, Mann, ey. Hab ich irgendwie ein Schild auf der Stirn stehen, oder was? Ist das nervig, ey. Ich hab diese Scharfschützenkacke schon immer gehasst. Weil, wie gesagt, ich glaub, beim Baum landen ist echt die einfachste Variante. Also, gucken, ob hier irgendwo eine Einsame und Verlassen ist. Dun-dun-dun-dun. Gucken, wo er landet. Gott, guck mal, wie schnell er sich ein Palast um sich herum gebaut hat. Einem Gegner sehe ich jetzt mal gar keiner. Nein, also, ob ich den da nicht getroffen hätte. Gut, den Loot, den ich jetzt hab, ist natürlich auch nicht der Beste. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Da hätten wir schon 200. Also, 200 Schaden hätten wir schon mal. Den einen Hit krieg ich jetzt auch noch hin, ey. Da, was hab ich nur verbrochen. Ja, ganz bauen, schön. Hier steht aber auch keiner auf K oder so. Wo sie denn? Wo sie denn hin? Ach Gott, ey, die haben auch alle einen, ey. Schwör, ey. Ja, dann macht sie den Schritt rüber. Da, so hat man halt dann die 300. Ich wollt's euch weiter einfach nur mal zeigen. Es ist in einer Runde easy machbar. Und ich hab schon kein gutes Aim. Also, in dem Sinne, viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Ich sag, ja, snipen ist überhaupt nicht meins. In dem Sinne, haut rein. Bye. Tschüss. Tweh. Tone. Tch. Tおい, t mandat.